Die dünnste Körperanalyse-Wage der Welt mit großem Funktionsumfang, die TANITA BC351. Diese ansprechende Waage setzt die neueste Technologie zur Bioimpedanzanalyse ein und zeigt in Sekunden ihre persönlichen Körperanalyse-Daten an. Die präzisen Messergebnisse beinhalten Muskelmasse, Körperfettanteil, Körperwasseranteil, Grundumsatz, Organfettanteil und Körperbauwert. Der Athlet-Modus ist für Personen vorgesehen, die wöchentlich mindestens 10 Stunden lang Ausdauersport betreiben und die im Ruhezustand eine Herzschlagfrequenz von 60 Schlägen pro Minute oder weniger aufweisen. Durch die äußerste Präzision der Waage kann das Gewicht bis auf 50 Gramm genau ermittelt werden. Die Körperanalyse-Wage TANITA BC351 verfügt über vier Benutzereinstellungen und verfügt über TANITAS einzigartige Funktion. Gesunder Bereich für Kinder, mit deren Hilfe Eltern die Gesundheit ihrer Kinder je nach Alterstufe überwachen können. Um die Waage zu benutzen, stellen Sie sich einfach auf die vier Elektroden auf der Standfläche der Waage. Dabei leitet die Waage ein schwaches Stromsignal durch Ihren Körper. Die Messergebnisse Ihrer persönlichen Körperanalyse werden nach nur 10 Sekunden im gut lesbaren Display angezeigt. Daraufhin werden die gespeicherten Werte für Muskelmasse, Gewicht, Körperfett und Gesamtkörperwasseranteil aus früheren Messungen aufgerufen. Die Waage wird inklusive Batterien geliefert und besitzt eine Garantie von drei Jahren. TANITA – die meistverkauften Körperanalyse-Wagen weltweit.